Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Neumerker GastroTV. Bei uns erhalten Sie aktuelle Produktinformationen von Profis für Profis. Wir sind Ihr professioneller YouTube-Channel mit den besten Tipps und Trends der Hotellerie und Gastronomie. Und heute zeige ich Ihnen die Tibet-Wärmelampe, den Alltagsselt für Ihr Buffet. Und jetzt starten wir damit. Ihr Einsatzgebiet ist die Großküche, das Buffet oder die Kantine. Immer dann, wenn es darum geht, hochwertige Speisen für einen längeren Zeitraum warm zu halten und anschließend sofort zu servieren. Sie ist besonders geeignet für den mobilen Einsatz bei Hochzeiten, Business-Caterings oder Großveranstaltungen, wo immer viele Gerichte in kurzer Zeit serviert werden müssen. Mit ihr können sowohl Fleischgerichte wie zum Beispiel Leberkäse oder Schweinsachse als auch vegetarische Gerichte wie zum Beispiel Kartoffelgratin oder Gemüsepfanne warm gehalten werden. Durch die handgefertigte Produktion in Deutschland erreichen wir eine langlebige und nachhaltige Qualität, die Sie im Alltag nicht im Stich lässt. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie einfach das Ganze wirklich funktioniert. Als erstes platzieren Sie die Speise direkt neben der Wärmelampe. Nun können Sie anfangen, die Höhe zu verstellen. Anschließend schalten Sie die Wärmelampe ein. Die gewünschte Wärmeleistung ist sofort für Sie verfügbar und Sie können starten. Ein kleiner Tipp, es ist wichtig, dass Sie die Wärmelampe nur im kalten Zustand verstellen, da ansonsten Verbrennungsgefahr bestehen könnte. Jetzt können Sie starten, Ihre Menüteile zusammenzustellen und wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Buffet. Wir sind überzeugt, dass die Tibet Wärmelampe genau das richtige Produkt für Sie ist. Das gleichzeitige Erwärmen und Beleuchten setzt Ihr Speiseangebot immer richtig in Szene. Sie ist klein und kompakt, dadurch lässt sich leicht und problemlos transportieren. Der robuste und flexible Hals mit Hygieneschutzschlauch lässt sich auch nach mehrmaliger Anwendung perfekt einstellen. Die hochwertige Ausführung durch das weiße Leuchtmittel und die Chromoptik wirken zudem professionell und kompetent. Die Wärmeleuchte setzt Ihr Buffet-Highlight immer richtig ins Licht. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem nächsten Buffet. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Video. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, hinterlassen Sie uns doch bitte einen Like oder teilen Sie es mit Ihren Freunden oder Bekannten. Und als kleiner Tipp, die Wärmelampe und weitere Wärmelampen finden Sie in unserem Neumärker Hauptkatalog. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wir wünschen Ihnen kulinarische Höhepunkte und senden Ihnen herzliche Grüße, Ihr Neumärker-Team und Robin Hellwinkel. Bis zum nächsten Mal.